Können wir jetzt anfangen? Ja, Gebieterin! Also los! Bevor wir anfangen, müssen wir uns an ein paar Riegeln halten. Am Anfang schließen wir die Augen und sagen das Alphabet auf. A, B, C, D... Noch nicht jetzt, du Idiot! Wenn wir Kontakt mit einem Geist kriegen, müssen wir höflich sein. Damit er nicht sauer wird. Und keine blöden Witze reißen. Okay, seid ihr bereit? A, B, C... Komm! W, X, Y, Z... Geist, bist du da? Ja oder nein? Geist, wie ist dein Name? Einer Meinung nach muss man... Sag mal ganz still. Geist, kannst du uns sagen, wie du heißt? Geist... Geist! Geist, kannst du uns sagen, wie du... Bis zum nächsten Mal.